Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen, das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Freundin, Nachbarn, Chef, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Das geht auch, wenn du eine Sucht hast oder immer wiederkehrende Schmerzen, auch das möchte dir was mitteilen, dass irgendwas in deinem Leben aus dem Gleichgewicht geraten und möchte wieder in die Balance. Also ich selber habe jahrzehntelang unter Bulimie gelitten, habe geraucht wie in Schornstein, hatte auch viele andere Süchte, auch jahrzehntelange Depressionen sind mir vertraut gewesen, Mobbing ist ein starkes Thema bei mir gewesen, seit Kindergartenzeit schon und vieles, vieles mehr. Ich bin davon befreit und auch für alle, die neu sind, ich war 20 Jahre on-off mit meinem Seelenpartner und die letzten zwei Jahre, oh, jetzt wird es gerade ein bisschen dunkel, ja, ich sitze gerade im Wald, wie ihr seht, an einem Waldrand und da blinzelt gerade die Sonne so ein bisschen durch und jetzt schaue ich, so gut es geht, dass er mich seht, ja, aber wichtig ist, dass er mich hört. Genau, also und die letzten zwei Jahre habe ich mich zurückgezogen, weil mir klar war, jetzt reicht es mir. Ich habe meine Themen ganz intensiv angeschaut und habe mich geheilt und vor vielen, vielen, vielen Wochen sind wir uns wieder begegnet und auch seit einigen Wochen sind wir ein Paar, genau, ja, also und das geht wirklich nur, wenn ihr vollkommen geheilt seid, wenn ihr all eure Themen angeschaut habt und hundertprozentig, hundertprozentig bei euch angekommen seid, dann kann er auch zu euch kommen, ja. Heute möchte ich gern, ach so, bevor ich es vergiss, für alle, die eben neu sind, und wenn ihr schauen, sehen wollt, wie ich mich mit Seelen verbinde, habe ich unten ein Video verlinkt, da könnt ihr gern mal reinschauen und es ist gerade in Bearbeitung, dass meine sehr, sehr, sehr beliebte Blockadenlösung in die Webseite gerade kommt. Es ist in Bearbeitung, bloß wenn sie noch nicht drin sein sollte, wenn ihr das anhört, das Video, dann schaut auch unten, habe ich auch ein Video verlinkt, wo ich über die Blockadenlösung spreche. Ihr könnt auch gerne in meiner Webseite und an den Kommentaren nachlesen, da haben schon viele Kunden einen Bericht, wie die Blockadenlösung für sie war, wie sie es empfunden haben, niedergeschrieben. Okay? So, heute möchte ich gern drüber sprechen, weil ich von vielen gefragt werde, Sabine Michel, soll ich mit ihm Freundschaft, wenigstens die Freundschaft leben, wenn er sich schon nicht für mich entscheidet. Und das ist ein heikles Thema. Da kann ich jetzt euch gut von meiner Situation berichten, wie das bei mir war. Ich wollte ihn ja unbedingt haben und er hat ja oft immer gesagt, ja, wir können ja Freunde sein. Und ich habe gedacht, okay, wenigstens möchte ich die Freundschaft mit ihm leben, dann meldet er sich, dann sehen wir uns ab und zu und dann kann ich ihm beweisen, wie toll ich doch bin, wie, dass ich alles für ihn mache, dass ich eine gute Zuhörerin bin, dass ich einfach für ihn da bin. Und das habe ich eine Weile gemacht. Und habe dann aber gespürt, irgendwann, dass ich mir damit was vormache. Immer wenn ich dann von ihm gegangen bin oder er von mir, war ich traurig, weil ich gedacht habe, hm, wäre schön, wenn er da bleiben wird. Oder auch, wäre schön, Ja, jetzt ist die Sonne wieder da. Wäre schön, wenn er endlich sagen wird, dass er mich doch will. Das heißt, immer wenn er gegangen ist oder ich von ihm, wenn wir uns mal getroffen haben, war ich traurig. Aber ich habe es verdrängt und habe gedacht, ja, das braucht vielleicht nur Zeit oder besser wie nichts. Also ich habe mir da echt was vorgemacht. Lange, lange, lange. Und dann hat er mir zwischendurch mal von seinen Frauen erzählt. Er hat eine kennengelernt und die will aber noch nicht so. Und er weiß nicht, was er machen soll. Und ja, ach, was weiß ich, das kennt ihr bestimmt auch. Er erzählt sogar euch Liebeskummer von seiner jetzigen oder er erzählt euch Freude und er hat eine kennengelernt, weil er denkt ja, ihr seid Freunde. Unter Freunden kann man sich das ja erzählen. Und ihr seid ja auch noch stark zu ihm und gebt ihm sogar noch Tipps oder manipuliert hintenrum, so habe ich es gemacht. Es hat mir einen Stich gegeben, wenn er mir von anderen Frauen erzählt hat. Aber ich habe es mir nicht anmerken lassen, weil ich wollte ja die gute Freundin sein und habe hintenrum dann immer so zu ihm gesagt, ja, weißt du, du musst da mal bei dir hinschauen oder vielleicht liegt es an dem und dem. Im Endeffekt hatte ich ihn da ja auch manipuliert, um meinen Schmerz wegzudrängen, um ihm nicht zu zeigen, dass es mir weh macht, wenn er von einer anderen Frau redet, weil ich Angst hatte, wenn ich ihm das zeige, dass er dann doch keine Freundschaft mit mir leben will. Einen Moment, ich drehe es mal ein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, so ist doch jetzt wieder besser. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Doch, ich weiß, wo ich war. Ja, ich habe mir auf jeden Fall was vorgemacht. Ich habe mir was vorgemacht. Ich war sogar die Therapeutin, wenn er Liebeskummer hatte mit einer anderen Frau oder wenn er mir erzählt hat, er hat eine andere Frau kennengelernt, dann habe ich so freudestrahlt. Ach, das ist ja, freue ich mich aber für dich und hoffentlich klappt es mit ihr und es ist ja so schön. Und innerlich hat es mich verrissen. Ich habe geweint, mein Herz war verrissen. Aber ich habe mir immer eingeredet, ich lasse mir nichts anmerken oder ich habe ihm doch schon vor zwei, drei Jahren mal gesagt, dass ich ihn liebe und da muss ich es nicht noch mal sagen, er weiß es ja jetzt, dann bin ich wenigstens Freundin und, ach mein Gott, wie er merkt, vielleicht wiederhole ich mich auch gerade, aber das war einfach so und vielleicht ertappt ihr euch da auch und dass es euch extrem weh macht. und irgendwann war mir klar, dass ich das so wirklich nicht mehr ertrage, nach vielen Jahren. Dann war wieder eine Phase, eben als ich es nicht mehr ertragen habe, habe ich es ihm gesagt, ich will keine Freundschaft mehr, weil ich ihn, weil es mir weh macht und ja, das hat er aber nicht verstanden, aber ich habe den Kontakt abgebrochen. Ja, und nach vielen, vielen Wochen hat er sich doch wieder gemeldet und ich habe mich wieder eingelassen und habe aber nichts mehr gesagt, dass ich ihn liebe, dass er sich nicht mehr melden soll und dann hat er mir weiterhin, ja, so gemacht wie wenigst mehr und ich habe mich wieder darauf eingelassen. Was ich euch sagen möchte, füllt mal rein. Wisst ihr, ich kann das nicht pauschal beantworten, dass es nicht gut ist, Freundschaft mit ihm zu leben, aber jetzt hört gut zu, bei mir war es dann so, als ich irgendwann hundertprozentig, hundertprozentig gewusst habe und gespürt habe, dass ich ihn, dass ich jetzt auch bereit bin, eine andere Beziehung zu leben. Als ich an dem Punkt war, wirklich zu fühlen, wirklich zu fühlen, dass ich ihm eine Frau wünsche oder mich für ihn freue, wenn er wirklich sagt, er liebt sie. Wenn ihr, wenn ihr da seid und sowas eben bei mir, als ich das wirklich gespürt habe, da hatte ich mir nichts mehr vorgemacht. Ich habe gespürt, Sabine, Michelle, jetzt, wenn er eine andere hat, jetzt bist du frei von ihm. Du liebst ihn zwar, du hast ihn in deinem Herzen, er hat einen Platz in deinem Herzen, aber du spürst und du weißt jetzt hundertprozentig, jetzt ist gut. Jetzt bist du auch bereit, einen neuen Mann kennenzulernen, um die Liebe zu leben. Ich habe gespürt, dass ich Karl, eben so heißt ja meiner, wirklich losgelassen habe. Ich habe hundertprozentig losgelassen. Und wenn ihr da seid, dann war mir auch auf einmal klar, wenn ich ihn jetzt begegnen würde, jetzt könnte ich mit ihm auch Freund sein. Und da meine ich, spürt nach, wenn ihr ihn wirklich hundertprozentig losgelassen habt, ja dann, dann könnt ihr euch auch mit ihm treffen, weil ihr habt keine Erwartungen. Ihr seid nicht mehr bedürftig. Und auch wenn ihr euch trennt, also wenn ihr am Abend heimgeht oder du von ihm oder ihr wart was trinken und jeder geht dann hinterher seine eigene Wege. Wenn du da nichts mehr spürst, kein Schmerz, keine Traurigkeit, keine Bedürftigkeit, keine Hoffnung mehr, dann kannst du dich doch mit ihm auch treffen. Aber erst dann, erst dann, dann könnt ihr auf Freundschaftsbasis neu anfangen. Aber das geht erst dann. Weil er spürt, er spürt, wenn es nur noch ein Prozent ist, dass du bedürftig bist, er spürt es. Dann geht das nicht. Ich habe das in den 18, 20, ich habe das in den 18 Jahren, wo ich on-off hier rein mit ihm on-off war, habe ich das ja gespürt. Aber bei jedem on-off habe ich immer mehr gespürt, oh, jetzt habe ich ihn doch mehr losgelassen. Aber trotzdem, in der Freundschaft, immer wieder, wenn wir in Kontakt waren, oh, es tut doch noch weh, oh, es tut doch noch weh. Jetzt erzählt er mir von einer anderen, es tut doch noch weh. Er macht Tanzkurs mit einer anderen, ach du meine Güte. Ja, dann geht keine Freundschaft. Dann macht ihr euch was vor. Dann macht ihr euch was vor. Wenn ihr Schmerzen habt, wenn es euch nicht gut geht und ihr wollt Freundschaft mit ihm bleiben, nur damit ihr ihn seht, in Kontakt seid, damit ihr erkennt, wie toll ihr seid, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Das geht nicht. Meine Erfahrung. Spürt er mal nach. Und wie gesagt, ich habe ihn ja auch oft manipuliert. Ich habe ja auch oft gefragt, und, wie geht es dir? Und, ja, und habe ihn richtig rausgekitzelt, was er gerade denkt, was er gerade macht. Im Endeffekt, ja, wollte ich ja endlich mal hören, dass er sagt, er will mich. Wisst ihr? Ja. Geht nicht. Kontrolliert euch. Schaut bei euch nach. Ja, und dann hat mir aber eine Kundin gesagt, und das ist auch wichtig, was ich euch sage. Entschuldigung, ich muss gerade einen anderen Platz suchen. Mir hat auch eine Kundin dann gesagt, aber Sabine Michelle, wenn ich doch den Kontakt einfach abbreche, das ist doch dann mein Ego. Wartet mal. Ich muss mich wieder drehen, 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 drehen. Ja, so ist es doch wieder besser. Das ist doch dann mein Ego. Aber wir sollen doch bedingungslos lieben. Wir sollen doch in der Liebe sein, dass er kommt. Ja. Aber trotzdem, was hat eine bedingungslose Liebe damit zu tun, wenn ihr spürt, dass es euch weh macht, wenn es euch das Herz verreißt? Wollt ihr dann lieber mit ihm in Kontakt sein, weil anscheinend soll man ja aus Ego dann das nicht beenden? Ihr sollt aus Liebe, bedingungsloser Liebe zu euch es dann erstmal beenden, damit ihr euch erstmal die bedingungslose Liebe geben könnt. Ihr müsst euch doch erstmal auf euch konzentrieren. Und wenn ihr hundertprozentig bei euch angekommen seid und euch bedingungslos liebt, erst dann könnt ihr auch ihn bedingungslos lieben. Und alles akzeptieren. Und nicht denken, okay, ich muss mit ihm Freundschaft bleiben oder ich bleibe mit ihm Freundschaft, weil wenn ich jetzt mich trenne oder sage, es reicht, dann ist es ja Ego. Und wir sollen doch aus dem Ego raus, wir loslassen. Wir sollen doch, also hat mir eine gesagt, da habe ich es erstmal aufklären müssen. Nein! Wir müssen unseren Verstand einschalten erstmal. Wir müssen vom Gefühl in Verstand. Und die bedingungslose Liebe müssen wir uns erstmal selber geben. Und wenn wir ihm sagen, es reicht, ist es nicht das Ego, sondern es ist der Schutz für uns, weil wir merken, wir wollen es so nicht mehr, wir sind mehr wert. Und wenn du dann in der bedingungslosen Liebe bist, dann kannst du mit ihm doch auch in Kontakt sein, weil da macht es dir nämlich nichts mehr aus, was er dir erzählt von einer anderen oder sonst was, wenn sowas wäre. Aber das Wertvolle ist ja, wenn ihr hundertprozentig bei euch in eurer bedingungslosen Liebe seid, euch vollkommen geheilt habt, dann ergibt sich aus einer Freundschaft sowieso die Liebe, weil er spürt, dass ihr bei euch seid. Sowas bei mir auf jeden Fall. Okay? Und alles andere habe ich für mich gespürt. Ich habe mir nur was vorgemacht. Ich bleibe Freund mit ihm. Aus meiner Erfahrung geht eine Freundschaft leben, nur, wenn ich keine Erwartungen mehr habe, keine Bedürftigkeit an ihn, keinen Schmerz mehr spüre, mich für ihn freue, auch wenn er was Schönes über eine andere erzählt. Dann bin ich in der bedingungslosen Liebe. Und dann kann ja auch die Freundschaft leben mit ihm. Könnt ihr dann. Dann ist Freundschaft okay. Wenn ihr das spürt und ihr seid zusammen, dann könnt ihr es machen. Aber in der Regel ist es ja so, wenn ihr da seid, dann kommt ihr ja sowieso zusammen. Dann wird aus einer kurzzeitigen Freundschaft, als wir uns vor drei Monaten ungefähr wie das erste Mal begegnet sind, waren wir ungefähr vier, sechs Wochen Freunde, weil ich gemerkt habe, ich kann ihn so lassen. Ich war in meiner bedingungslosen Liebe zu mir. und deswegen hat es dann auch geklappt. Und wenn ich da gespürt hätte, oh, das tut mir weh, oder das tut mir weh, oder das triggert mich an, dann wären wir gar nicht zusammengekommen. Dann wäre es ein Hinweis nochmal gewesen, bei mir hinzuschauen. Okay, meine Lieben, also prüft euch gut. Macht ihr euch was vor, wenn ihr mit ihm in Kontakt seid und es tut euch weh? Dann fragt euch, ob ihr das so wollt. Weil so kann er sich für euch gar nicht entscheiden, weil ihr seid ja da. Wenn es euch weh macht, ohne er erzählt euch von anderen Frauen oder erzählt euch, wie toll es ihm geht oder erzählt euch, aber auch wenn er euch erzählt, wie schlecht es ihm geht und wenn ihr hinterher spürt, euch geht es nicht gut, dann ändert was. Weil im Endeffekt, wenn ihr da drin steckt, wo ihr drin steckt und immer für ihn trotzdem da seid, kann er sich für euch ja gar nicht entscheiden, weil er ist ja froh, dass er euch wenigstens so hat. Dann kommt er auch gar nicht zum Überlegen. Er kommt ja gar nicht dazu, dich zu vermissen. Okay? Also, meine Lieben, ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, dass er mich teilt. Vielleicht kennt er jemand, wo er sagt, oh, da könnte ich das mal schicken oder ihm. Und ich möchte jetzt mal alle Männer noch ansprechen. Ich habe ja auch einige Männer, die ich begleite, weil ich immer von ihm spreche. Ich meine euch natürlich auch, es gibt ja auch Frauen, die Gefühlsklärer sind. Und euch spreche ich auch an, ihr lieben Männer, ihr Loslasser. Ihr seid toll auf dem Weg. Okay? Also, habt euch lieb und freue mich auf bald. Eure Sabine Michelle. Tschüss!